Hier sieht man ihn voll gut. Ja, ich weiß nicht, weil das... Der ist gut ausschüßt. Schmeckt. Der hat den Fußball. Den hätten wir auch in Handarbeit machen dürfen. Echt? Klar. Aber ich hatte gewusst... Wir durften jedes Tier machen. Wir nicht. Wir durften ganz ein bisschen der Ausbau so groß sein. Ich finde den groß. Die hat uns nichts vorgeschrieben. Die hat gesagt, was wir wollen. Aber da hatte ich den Schneeleoparden vergessen. Weil wir beim letzten Mal gar nicht bei ihm waren. Der leckt sein Fleisch ab. Wenn es gut schmeckt, der leckt sich nicht auf die Ehe. Das ist schon die Katze. Ja, aber der leckt auch dran. Ist ja eine Katze. Der ist allein, den anderen sieht man gar nicht. Die sind schon da, aber... Die sind schon schön, ne? Ja, wunderschön. Wunderschön. Wissen wir mal, wie immer hier waren, wo waren denn noch die Kinder dabei? Ah, die Kamera! Die ist leer. Ey, Mama, jetzt gerade bei den coolen... Schade. Ja, oh, cool. Riesen. Sie haben Riesen. Die Schwänze sind richtig schön. Ich finde die Pfoten so cool. Ja, ich auch. Die sind so gegrüßt. Meinst du auch? Du magst, du liebst es auch, ne? Ich liebe eigentlich alle Raubkatzen. Ich liebe eigentlich alle Raubkatzen. Vielen Dank.